Fuck. Wenn wir hier lang gehen... ...or sollte ich lieber hier lang gehen? Ich muss wahrscheinlich den anderen Weg einschlagen, ne? Okay, wir probieren das jetzt mal. Absolut. Ich hebe jetzt den Mann erstmal auf, so wie das da steht. Und du? No estoy de humor. Okay. So, trage den Mann zum Wagen. Ich habe jetzt ein Fahrzeug. So, da oben ist das Auto. Ist das eine Bolle oder sowas? Ich würde trotzdem versuchen, hinten rum zu laufen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ob ich hier vielleicht irgendwie andersrum komme? Ohne bei der Gang lang zu laufen. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert. Ja, hier wahrscheinlich schon mal nicht. So, hier komme ich schon mal nicht raus. Ist ja doof. Ja, komm. Ja, komm. Ich, äh... Ich laufe in den Knien. Ich kann nicht springen. Hm. Hm. Ach, Mist. Ich kann jetzt nicht. Ich muss hier durch. Kann ich vielleicht hier hinten rum? Du wirst mir die Scheiße von den Schuhen lecken. Ach, Manno. Der ist doch schon tot, oder? Okay. Ich muss hier... Oh Gott. Ich hab's. Ich fahr weg. Hau ab jetzt hier. Alter. Ich muss da lang. Oh. 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 Übung macht den Meister, wa? So, Little China, ha? Okay, cool. Ich muss jetzt diesen Menschen hier wegbringen. Schauen wir mal. So, okay, wir müssen hier rum. Okay, ich bin da. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. So, ich muss mit Dennis reden. Wo ist Dennis? Ach, da. Was gibt's hier noch? Ah, interessant. Gib mir das hier. Oh, ein Chirurg. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Wie heißt du nochmal? Hirnchirurg. Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Ah, das ist dein Name. Hirnchirurg. Wo genau kommst du her? Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Hä? Gute Instinkte. Was? Okay, alles klar. Der ist ein bisschen baggy, oder was? So, dann zeig mir mal dieses Gerät, was ich hier gerade bekommen habe. Das hier, ne? Das Skalpell. Okay, das hat aber jetzt nicht so viel, ne? Könnte man verkaufen, aber doll ist jetzt nicht. Das ist alles? Ach, Mann, oh. Okay, ähm. So, lass mal gucken. Also, wir haben den Typ. Dann müssen wir zu Takemura und Ghost Town. Äh, du willst Tellmann finden. Warte, bis Rogue bereit ist. Ist sie ja scheinbar noch nicht. Triff dich mit Takemura und begib dich zur Kapelle. Was haben wir unten noch? Schießwettbewerb, das will ich alles nicht. Hier, und diese ganzen Autos. Wo sind wir eigentlich genau aktuell? Lass mal kurz gucken. Wir sind... Wir sind in der... In Watson. Haben wir in Watson irgendwas? Ach, das sieht man da nicht, ne? Ich würde ja gerne diese Autos einmal... Ist das vielleicht richtig? Hier ist ein Delamain-Taxi. Können wir da mal eben hin? Haben wir nicht irgendwo noch ein... Lass uns mal das Auto... Unser Auto oder unser Motorrad holen. Ich will da mal hin. Ich will mal so ein Taxi finden. Das wäre mir total... Würde ich echt super finden. So, speichern. Und dann holen wir mal das Motorrad. Hallo, Jackys Motorrad. Ich bin immer noch sehr traurig darüber. Dass Jackie nicht mehr da ist. Was ist jetzt? Ja, das... Da will ich jetzt hin. Da will ich jetzt hin. Okay. So. Let's go. Nein, 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 nein. Oh, das ist so cool. Oh. Oh. Ähm. Das war so cool. Oh, du Scheiße. Jetzt habe ich echt gedacht, das funktioniert ganz gut. Aber nein. Okay, weiter. Huch. Konzentrier dich bitte. Boah. Was machst du denn? Habe ich jetzt eine 8 drin oder was ist jetzt das Problem? Der lenkt nicht mehr ordentlich. Warte, 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 warte. Hier ist ein Fragezeichen. Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh, oh. Habe ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Die Söldnerin, auf die man sich verlassen kann. So eine brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt. Dann erfährst du mehr. Hm. Nein, danke. Hier soll ich irgendwas machen, habe ich aber keinen Bock drauf. Wir fahren jetzt weiter zum Delamain-Dingsbums. Na toll. Wie komme ich da denn jetzt durch? So. Hier irgendwo soll jetzt so ein Delamain-Dingsbums sein, ja? Wie groß ist denn diese... dieses Areal? Hm. Okay, ich lasse dich mal stehen. Hier vielleicht? Das sieht doch gut aus. Ja, oh, äh. Hallo? Alter, was? Das Ding hat mich umgefahren. Stehen bleiben. Ruhig. Ich will dir helfen. Keinen Schritten her. Hörst du? Scheiße, wo ist er hin? Oh. Hey, beruhig dich. Oh. 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 Was er denn? Hey. Es fährt irgendwie falsch rum. Und ich fahre falsch rum. So grün. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo fährt es denn? Können wir jetzt mal fahren? Das ist gerade ausgefahren, ne? Oh Gott. Sandra, Sandra Dorsett? Hä? Warte mal. Hey, hier ist Sandra Dorsett. Du weißt schon, die du vor Scavenger gerätst. Ah ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Könntest du eine Kleinigkeit für mich zurückholen? Natürlich bezahle ich dich auch, aber es ist ein wenig heikel. Deshalb möchte ich das gerne ohne einen Fix erledigt haben. Es geht um meine Datenbank. Die Scavenger haben sie mir abgenommen, als sie mich geschnippt haben. Sie war noch mit dem Net verbunden, also konnte ich sie aufspüren und abschalten, bevor sie es gemerkt haben. Ich schicke dir die Koordinaten. Ruf mich an, wenn du sie findest. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. PS, die Daten sind vertraulich. Ich verlasse mich darauf, dass du sie dir nicht ansiehst. Ich habe doch jetzt wirklich schon genug für dich getan. Ah, wo ist mein Delamain? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mist. Ach, Mist. Oh nein. War das hier? Hier, ne? Ja. Das war's. Okay. Ich versuch's weiter. Alter. Ja, aber stimmt mit dem Motorrad nicht. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Oh nein. Das ist eine Schießerei. Oder? Oder schießt das Delamain-Taxi? Bis es stehen bleibt. Na, das lief ja super. Hm. Ich danke Ihnen, B. Ich konnte die Verbindung mit dem Fahrzeug wiederherstellen. Ja, toll. Schocktherapie kann echt wundervoll bringen. Ich schicke einen Abschleppwagen und einen Teil des Honorars. Aber nur eins davon landet auf ihrem Konto. 1041. Sehr witzig. So einen haben wir wenigstens schon mal. Das ist ja ganz nett. Ah, wo ist mein Motorrad? Da. So. Das bleibt doch mal auf der Straße. So. Das bleibt doch mal auf der Straße. Also irgendwie, vielleicht mal so ein paar Delamains zu holen. Das gibt Kohle. So. Wir fahren gerade... Warte mal. Das machen wir mal anders. Ich bleib mal hier. Versuche mal Richtung Wellsprings. Also dichter zu kommen. Mal gucken. Naja, zumindest hier. Also bis hier könnte ich zum Beispiel. Das ist ja nicht mehr ganz so weit. Das probieren wir einfach mal. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe eine Chevy. Okay, sag mal. Oh. Oh. Das ist schon ein bisschen nice, das Ding. Na gut. So, ich möchte gerne... Ich muss eben zur Straße. Damit wir hier auch irgendwie mit dem Bike weiterfahren können. So. Komme ich denn jetzt hier rüber? Mist. Hier vielleicht? Bööö. Hallo. Wenn die mich jetzt umfahren, bin ich weg, ne? So, ich speichere mal. Huuu. Okay, wir müssen sowieso hier hin. Alter. Fuck. Ja, das war eigentlich klar, ne? Huch. So, jetzt aber. Motorrad. Da ist es ja. Komm, Jackie. Jackie Bike. Komm her. Komm her. Braves Bike. So. Los geht's. Ups. Na nü. Ich bin mitten in der Rush Hour, ne? Also, ganz großartig. Ähm. Ich glaube, ich habe da gerade jemanden verletzt. Was gibt es jetzt für ein Auto? Boah. Jetzt kriegst du ja ständig irgendeine Nachricht für irgendwelche krassen Autos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dafür haben wir kein Geld. Wir müssen ja ständig immer irgendwas abgeben. Was voll schade ist. So, wir werden mal noch ein paar Dallemains sammeln. Ja, ich weiß, dass ich die Verbindung zu einem Fahrzeug habe. Ja, ich weiß, dass ich das. Okay, ich sehe mich mal um. Ich bin unterwegs. Hallo? Boah. Zumindest werde ich jetzt nicht immer direkt erschossen, wenn ich irgendwas falsch mal rübersteuere. Das ist ja schon mal was. Wir sind in Wells Springs. Oh, da vorne fährt das Auto. Da vorne fährt der Delamain. So, wir fahren einfach hinterher. Wo fährt er denn? Hey, lass uns reden. Ich geh nicht zurück, verstanden. Niemals. Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst. Ja, mach doch. Das werden wir ja sehen. Ich muss das beschädigen? Okay, dann machen wir das so. Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Ja, bitte. Gib mir Geld. Danke, danke, danke. Läuft bei uns, oder? Läuft bei uns. So. Street Credits haben wir auch schon eine ganze Menge. Jetzt müssen wir nach North Oak. North Oak? Ähm, dann schauen wir mal. So, wir haben hier wieder ein paar von den Dingen bekommen, das ich sehr, sehr gut finde. Das heißt, wir fahren jetzt mal hier hin. So sieht man auch mal ein bisschen was, ne? Also, ich würde jetzt einfach mal die Taxen alle reinholen, die nächsten Male. Gucken, wie lange wir brauchen. So ein paar waren das ja, acht oder so, keine Ahnung. Aber wir verdienen Geld damit und arbeiten mal ein bisschen was ab von dem ganzen Kram hier. So, äh, hallo? Hm, wo sind wir? Oh Gott, wie komme ich hier raus? Was haben wir hier für ein Auto? Ja, super. North Oak. Genau, da wollen wir jetzt hin. So, ich brauche jetzt hier mein Motorrad. Ich komme ran hier auf den Meter. Und da müssen wir tatsächlich, das finde ich sehr spannend, das würde ich jetzt gerne noch machen wollen. Da fahren wir jetzt nochmal eben hin. Oh ja. Dann grasen wir wenigstens mal die ganze Karte ab und haben nicht mehr das Problem mit den Teleportern, sondern können einfach mal ganz entspannt hier ne Runde uns ne Runde hin und her bewegen. So. 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 750 Meter. Alter, geradeaus. 500 Meter, er speichert automatisch, Träumchen, sehr gut. Oha, hier ist aber dunkel, Leute. Oh, ich muss woanders hin. Wo ist da hin? Hier müssen wir jetzt hin. Würden Sie bitte etwas schneller fahren? Hallo? 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 Ich seh mich mal um. So, noch 90 Meter. 50 Meter. Ich, ähm... Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay. Bring mich bitte dorthin. Ja, ja. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Du kannst einsteigen, aber fahr langsam und fahr bloß nichts um. Okay, alles klar. So. Ist das eine gute Idee? Ich fahr nichts um. Ich doch nicht. Ich kann super fahren. Oh Gott. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Du hast gesagt, ich soll nicht fahren. Jeder weiß, dass das keinen Sinn macht mit mir hier. Das ist viel zu eng hier alles. So. Können wir denn jetzt auf der normalen Straße fahren? Ist ja furchtbar. So. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das Auto einfach fährt, ohne dass ich weh drücke. Hallo? Hakt oder was? So. Wir fahren hier rum. Die Musik ist sehr entspannend, ne? Ihr Lieben. Damit beende ich diese Folge. Und... Huch. Ich bleib mal hier stehen. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.